moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen video von ja von allem eigentlich von meiner empfangliste die ich bekomme die ich euch heute mal zeigen möchte ja was ist das eigentlich empfangen nun ja wie muss man sich das eigentlich als youtuber vorstellen man ist ein youtuber man macht vielleicht let's place zeigt vielleicht auch mal seinen gamertag und was passiert auf der ps3 die leute schreiben einen an und ich wollte euch mal zeigen wie das eigentlich so aussieht das sieht bei commander krieger bei anderen youtuber nicht anders aus die auch ein gamertag haben nur natürlich ein bisschen gewaltiger bei mir ist ein bisschen kleiner bei commander krieger müsst ihr das mal 800 rechnen also 800 mal so viele nachrichten so ja das erste natürlich beim youtuber sind freundes anfragen das ist ja alles gar nicht so schlimm wenn man denn nicht diese grenze hätte von 100 freunden das ist ein bisschen blöd von sony da kann man natürlich nur eine bestimmte anzahl machen und die ist bei mir ständig voll so das tut mir wirklich leid und bitte sendet mir keine freundes anfrage was natürlich nicht böse gemeint ist sondern einfach nur weil ich kann auch nicht mehr machen als ist ne aus 100 kann ich keine 200 machen dann könnte ich natürlich jetzt das könnte ich nicht also so da natürlich noch ein paar fragen hier hast du headset so habe ich ja moin moin wie kann man online cheats benutzen boah da könnt ihr schreibt ihn gerne mal an wenn ihr das wisst ich weiß es nicht ich halte mich von solchen sachen fern weil ich möchte ja nicht gebannt werden oder sowas ja viele freundes anfragen natürlich einladungen wo ich kaum zeit habe zu zocken zurzeit bin ich mw2 verrückt ich liebe mw2 es ist einfach ein tolles spiel ja wir sind viele freundes anfragen da ist kein platz mehr jo youtube komm mal rein jo jo moin moin ich komme ja gleich servus erwähne was mein name mafia gangster 99 kannst du ein video für das headset ixo 01 machen bitte das habe ich noch gar nicht getestet da kann ich dann nichts sagen also ich mache keine videos wo ich nichts getestet habe ich habe dann wie in youtube gesehen danke für deine informationen kein problem ich weiß zwar nicht welche informationen aber nun ja das ist halt das was ich gerne mache wissen weiter bringen und das ist schön das ist schön wissen ist macht glaubt mir ehrlich ich kann ich kann euch wirklich wieder erzählen wissen es macht wenn ihr zum beispiel wisst wie viele bundesstaaten amerika hat dann ist das doch super wie viele sind es wie viele bundesstaaten hat die usa die vereinigte die vereinigten staaten von amerika es sind exakt 50 genauso viele sterne sind auch in der amerikanischen flagge 50 sterne 50 so jetzt gehen wir mal die größte suchmaschine der welt ein google google weiß alles google weiß wo ihr wohnt google weiß wie alt ihr seid google weiß alles nun ja wenn ihr alles angegeben habt google weiß alles wenn ihr ein facebook account erstellt habt dann weiß google das wenn ihr irgendwo online seit im internet dann weiß wo ihr euch gerade befindet google ist mega groß google ich weiß nicht wie ich diese webseite einordnen soll google macht jetzt seit sehr viel also google und militär da kann man das glaube ich schon mal eingeben hier google und militär so da werdet ihr hunderte suchbegriffe finden google militär google earth militär militär militärbasen gut das ist jetzt google earth aber google setzt macht natürlich auch ganz viele projekte von drohnen von irgendwelchen kampfrobotern hört sich alles verrückt an könnt ihr euch gerne mal anschauen die bilder sind echt kampfroboter von google wenn ihr das einmal sehen kriegt ihr wirklich angst was google da noch in in der lage ist ich weiß es nicht ich weiß nicht auf jeden fall google ist wirklich ja irgendwie so ein virtueller staat die kontrollieren alles und wenn google plötzlich weg wäre dann würden die ganzen großen händler wie amazon oder sowas die ganzen händler die würden kollabieren der markt würde auseinander brechen der dax würde nach unten fallen es wäre ein weltweites chaos ja moin moin hier guck mal das habe ich bisher nie richtig beachtet wie konnte ich das übersehen ich wollte ja eigentlich diese frau von meinem gta 5 von meiner gta 5 disc hier aufnehmen blöderweise habe ich noch dieses loch hier aufgenommen das da hinten ist übrigens meine heizung die leute die das fragen ja mal gucken was gibt es hier kann man hier sehen wie viele abonnenten ja ich weiß es nicht ja auf jeden fall rein ich bin draußen und ja bis zum nächsten mal auto games kommen auf der playstation 3 ich hoffe es hat euch gefallen